Die Angst vor dem Tod kann man keinem Menschen nehmen. Aber sich Gedanken dazu zu machen, wie es wohl ist, wenn man stirbt, ist die einzige Möglichkeit, mit dieser Angst umzugehen. Und auch zur Organspende gibt es nur die Möglichkeit, sich gut zu informieren, genau die Fragen, die man hat, den Experten zu stellen. Die können wir beantworten, die können andere Ärztinnen und Ärzte beantworten. Und dann wird man auch die Angst vor der Organspende wirklich verlieren können. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020